Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Am 05.11. ist es soweit. Wir werden Mo Abdallah gegen Sinanji bei Universum im Schwergewicht bei einem Mega-Fight sehen. Das ganze Event könnt ihr natürlich live auf dem YouTube-Kanal von Universum schauen, aber darüber hinaus gibt es noch Tickets für die Rudolf-Weber-Arena. Der Kampf findet natürlich dann in Oberhausen statt, vor schon 10.000 Zuschauern, welche da sein werden, was einfach nur eine unnormale Anzahl an Zuschauern ist, für ein Event von einem Ex-Profisportler und einem Influencer-Rapper, welche sich natürlich versuchen wollen. Das zeigt schon, wie gehypt dieses ganze Event ist. Und ich bin auch mega, mega heiß drauf. War gestern für euch in Bochum, hab ein Interview mit Sinanji gemacht und das kommt morgen um 18 Uhr online, Freunde. Schreibt es euch auf jeden Fall auf und schaut bei mir morgen vorbei. Und jetzt ist ein Sparring rausgekommen von Ben Fresh-Benadwobi, welcher mit Mo Abdallah so ein bisschen geübt hat, ihn darauf vorbereitet hat, was ein Heavyweight im Boxen eigentlich ausmacht. Und das war natürlich ein freundliches Sparring zwischen den beiden. Die ganze Sequenz davon ist auch in der Kommentarsektion direkt von mir markiert. Da kommt ihr zum Video von Ben. Ich will einfach mit euch darüber sprechen, wie gut. Also man kann entweder so argumentieren, Ben Fresh ist einfach richtig, richtig gut. Oder Mo Abdallah hat wirklich boxtechnisch gegen ein Heavyweight wenig Chancen. Ben Fresh ist im Training. Ben Fresh ist genauso groß wie er, nutzte seine Reichweite hier aber perfekt aus. Und ja, die Doppeldeckung von Mo Abdallah steht offen und war die ganze Zeit für den Jab da. Also wenn Sinan diese Lücke nutzt, wie es hier ein Ben Fresh bei Mo Abdallah gemacht hat, kann er auf jeden Fall ordentlich punkten. Die Lücke ist auf jeden Fall offen. Die Doppeldeckung sitzt nicht zu 100%. Und dementsprechend arbeitet Ben hier einfach spielend leicht und kann Mo Abdallah teilweise sogar sieben Jabs hintereinander hauen. Was einfach nur crazy ist. Also ich finde, nach diesem Sparring, was man jetzt gesehen hat, sind die Chancen für einen Sinanji ordentlich angestiegen. Mo Abdallah war vier Jahre nicht professionell am Kämpfen. Sein letzter Fight war gegen Michael Smolik. Kann sich natürlich einiges verändert haben bei ihm. Und ich finde, jetzt haben wir halt durch dieses Sparring erstmal so richtig ordentlich gesehen, wie vorbereitet er vielleicht in den Kampf reingeht. Aber ja, da müsst ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr darüber denkt, ja zu dieser Sequenz, die wir hier jetzt beispielsweise sehen. Das Sparring ging insgesamt, glaube ich, drei Minuten. Ben hat ganz klar gesagt, dass es auf jeden Fall freundlich war und nicht ernst in diesem Sinne. Von der Power her gemessen und so weiter und so fort. Aber ja, da saß Sinan auf jeden Fall ein bisschen stabiler mit der Deckung aus, wie er auch gearbeitet hat und so. Also da hat mich auf jeden Fall dieses Sparring sehr überrascht. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Was denkt ihr darüber, Freunde? Wie seht ihr das Ganze? Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.